Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Wichter Biest! Wahrscheinlich, oder? Mit Jule und Andy. Andy nimmt heute nicht auf. Nein, ich nehme heute nicht auf. Vince, dann löscht diesmal nicht die Aufnahme, weil du bist so die einzige Quelle, die wieder aufnimmt. Wir wollten hier mal kurz darauf hinweisen, das ist das Haus von Phonetic Evil. Das hat irgendein Penner in Anführungszeichen gelöscht. Er hat halt nur hier die Schilder hingestellt. Der Horensohn, der mein Haus gesprengt hat und mein Tessiserat geklaut hat, soll alles ersetzen, das Haus neu bauen. Ansonsten störe ich hier alles. Deswegen haben wir dich, falls du das Video guckst, erst mal von der Whitelist gelöscht. Wir möchten nicht die anderen Projekte hier gefährden. Wir können das gerne hier alles ersetzen. Wir können halt momentan schlecht nachvollziehen, wer hier was zerstört hat. Müssen wir mal die Loks durchgucken. Auf jeden Fall, wenn du alles hier zerstören würdest, das wäre auf jeden Fall keine Lösung, weil da ist das komplette Projekt hier am Arsch. Ja, und wir laufen hier wieder zurück. Deswegen kannst du dich gerne bei uns im TS melden. Dafür hocken wir auch den ganzen Tag auf, wenn wir in einem AFK-Schannel hocken. Wir sind aber anschlupsbar. Außer Andy, der hat seinen Ton aus. Ja, ich habe einen Ton aus, aber ich gucke trotzdem auf den roten Bildschirm, von daher. Ja, ja, mir antwortest du aber nie. Ja. So, ich würde sagen, unser Plan, ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal rüber zu unserem Haus. Ja, ich folge dir einfach mal. Ja, ich habe ja Waypoint. Ja, ich auch, aber ich weiß nicht welcher das von denen ist. Neues zuhause heißt, es sind 388 Meter von mir. Ich habe ein grünes und ein blaues auf der Minimap. Oh. Der blau hatte ich gerade hier Dings von. Ja, unser Plan heute. Meins ist gelb. Meins ist orange, irgendwie sowas. Unser Plan heute ist, das Haus fertig zu machen. Wir haben nicht weiter gemacht, wie wir eigentlich gesagt haben. Und sorry, dass... Wann war der letzte Part? Gestern gelangt. Ja, das war das. Ich glaube ja. Wir sind nämlich... Haben es jetzt nicht geschafft, noch aufzunehmen. Deswegen kann es sein, dass einen Tag kein Part kam. Das heißt, wenn wir unser Rhythmus. Jo. Ich hatte Zeit, Vince hatte... Bei Vince kam leider was dazwischen. Genau. Aber man muss ja auch Prioritäten setzen, sag ich mal. Ja. Es gibt wichtigere Dinge als aufnehmen. Oh ja. Deswegen nehmt uns das nicht übel. Ihr habt ja, wenn ihr neu dazugestoßen seid, noch über 400 Videos zu gucken. Also ich denke, das ist nicht so schlimm. Euch würde es auf jeden Fall nicht langweilig. Genau. Oh Gott. Es sind auf jeden Fall mehrere Tage Video-Zeit. Also... Da solltet ihr ein bisschen beschäftigt seid. Ja, habt Spaß. Beschäftigt seid. Ah, Mann, wo muss ich lang? Ich laufe einfach mal zurück. Ich weiß nicht mal mehr, wo du bist. Ich bin auf irgendeiner Baumkrone. Ja, da bin ich jetzt auch wieder. Ich bin jetzt aber an unserem Haus. Von mir aus tippe ich dich auch, wenn du nicht laufen willst. Ach, nö. Ein bisschen Beintraining. Ah, okay. Wenn ihr verriegt. Jule ist da. Ist... Jule hat's hergefunden. Entweder. Oho, da wird's mir schon hinterher gelaufen. Oder Waypoint. Ja. Ich laufe einfach mal zum Grünen. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Also unser Plan war, das Haus weiter zu basteln. Bauen. Das Dach fehlt noch. Auf jeden Fall. Technik. Strom. 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 Ein Klammer. Ja. Ja. Müssen wir auch mal gucken. Ach, genau. Wir wollten, wie wir's letztes Mal angedeutet haben, mit Lava jetzt unser Strom erzeugen. Da es einfach sinnvoller ist und auch günstig in der Herstellung. Und ja, Tessa Sarat ging mir auch irgendwie zusammengefarmt. Joa. Ähm. So weit dazu. Jule unterstützt es natürlich auch. Ich spiel heute übrigens mal ohne Shader. Okay. Weil hier im Wald ist das ein bisschen komisch. vor allem abends für sich gar nichts mehr. Deswegen das Nervgrad ein bisschen. Ah. Deswegen. Ja, oder Shader halt. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal uns um. Wir haben hier unser M-E-System, das steht hier noch. Wo wollen wir eigentlich das M-E-System ins Haus stellen? Ich werd die Solarpanel auf jeden Fall irgendwie aufs Dach bauen. Jaja, nur das war ja erst nur vorübergehend, dass wir es überhaupt hier haben. Und mit, ähm, sind Solarpanel aufs Dach und M-E-System unten oder so ist ja nicht das Problem. Ich würde fast sagen, wenn's, komm mal, wo willst du nur was hin, mach mal so gepackt. Also hier würde ich noch ne Fensterfront hinmachen. Jaja, klar, hier kommt, hier kommt, äh, Fenster müssen eh noch überall hin. Ähm, hier können wir nen Absteck, hier können wir irgendwas Kleineres reinbasteln. Weil ich wollt ja das Haus ein bisschen kompakt haben. Und nicht alles, dass wir uns halt auf mehrere Gebäude oder sowas speziell bisschen mal gucken halt. Ich würde aber sagen, dass wir hier hinten so ne Kammer... Sinds, wo bist denn du? Grad am M-E-System. Komm mal her. Sind. Ich wollt eben nur Sand brennen. Ah, okay. Dann brenn du mal Sand. Wenn nicht, wüsstest du, wo wir oben haben. Äh, wir haben hier noch keine, glaub ich. Äh? Ich hab grad Stein gefarmt, ich kann welchen einbauen. Ja, äh, gut. Also, ich würde sagen, hier oben... Wo, wo bist du? Äh, ich bin grad im ersten, zweiten Stock jetzt. Ja, klar, ich auch. Äh, ich würde sagen, hier oben machen wir uns, äh, Schlafzimmer hin, oder? Eine Seite halt. Und, äh, hier Gästezimmer, vielleicht? Ja, das könnte man so machen, ja. Also, dass hier oben der Schlafbereich sein wird. Hier muss auch noch Fenster, das muss überall hin. Dann würde ich sagen, hier... Da wir das Haus ja individuell erweitern könnten, rein theoretisch. Ähm, genau, hier oben Schlaf gemacht. Äh, eine Etage tiefer, würde ich so sagen, hier, äh, Küche oder sowas, sowas. Ja. Also, dass man hier dann, äh, auf der Seite Küche hinstellt. Nein. Auf der anderen Seite vielleicht, äh, Lagerraum, das ME-System. Dafür. Okay. Haben wir es auch schon. Also, da könnte ich hier ME-System. Weil, passt der vom Platz. Eigentlich. Was machen wir hier unten noch hin? Ich überlege grad. Ja. Wir brauchen erstmal einen Ofen. Ich hab einen gebaut, der steht hier unten neben der, äh, Workbench. Da ist auch was mit Feuern drin. Ja. Ich hab keine Kohle. Ich auch nicht. Dann musst du arbeiten gehen. Na, warte, wir gucken mal. Warte. Oh, was ist das, wenn ich mich wieder verlaufe? Das ist mein Waypoint, oder? Ja. Schönen Gruß von David Storm, den du gebannt hast. Aha. Wär ich? Ja, irgendjemand hat den gebannt. Richtig so. Der ist doch schon die ganze Zeit gebannt, der hat damals das Wiki gelöscht. Nein, nein, ich mein vom TS, da war er noch nicht gebannt. Achso, ja, kann sein. Der hat das auf jeden Fall gut gemacht, der ging mir auf den Geist. Haha. Ey, ernsthaft, äh, erstmal so mich anmeckern, dass ich den Leuten im TS Rechte geb. Obwohl mir halt so gesagt wurde, dass ich das, also das ist halt In-Game-Ticket und so alles. Ja. Ja, und dann... Nehm ich hier grad das gleiche Holz? Don't Slap? Ne, ich nehm nicht das gleiche... Äh, ich brauch mal ne Axt, haben wir irgendwo ne Axt? Ne, das ist nicht das gleiche Holz, gell? Nein, ist es nicht. Das eine ist, äh, Stone Slap, das andere ist Jungle Water Slap. Ja, was aber keine Stone Slap sind, das ist ja schlimmer. Ja, äh, ähm... Redwood oder so? Ne, äh, das gibt's hier gar nicht. Äh. Ich weiß gar nicht, was... Warte, ich brauch ne Axt, haben wir ne Axt? Wo ist der Ofen, Juli? Du bist grad vorbeigelaufen. Da bist du grad dran vorbeigelaufen. Yeah. Äh, haben wir ne Axt irgendwo? Ich hab eine Axt. Ja, gib mal bitte. Warte, ach scheiße, die ist fast, äh, leer. Ja, egal, egal. Fast leer, hm? Ja, die Axt ist leer. Ich seh hier nichts, äh. Ja, ich seh auch nicht wirklich was. Ja, ich hab mir grad mal ein schönes Licht angemacht. Ah, ich kann mir noch ne Axt machen, dann mach ich nochmal ne Axt. Nein, ich find jetzt erstmal her raus. Oh Gott. Redwood, doch, Redwood war das. Mann, bin ich gut. So, wo kriegen wir jetzt Redwood her? Weiß ich den Baum... Ah, die Axt ist kaputt, scheiße. Hier. Ja. Ich hab schon ne Neue gecraftet. Ich geh hier noch ein bisschen Kabelfarm. Hab ich grad Lust zu. Guck doch mal ein Semi-System, da sollte ich mal was dran machen. Ja. Kann schon sein. Haha. Ich hab mir erstmal hier Spitzhacke... Schwert und... Schaufel gemacht, äh, Spitzhacke, Schwert gemacht. Allein wegen Erfolge. Kennst ja von meinem. Ja, ja, Jule. Schön mit dir. Aber wir brauchen Redwood. Redwood, wo bringen wir Redwood her? Aber wir brauchen irgendwie auch mal... Warte mal, ich hatte doch hier irgendwo... Angefangener Redwood-Baum. Da hab ich ihn doch. Okay, ich geh mal Holzfarm. Okay. Oder lass uns erstmal pennen, oder? Nee. Geh mal fahren. Nicht wieder, Vince. Das ist... Nein. Was hab ich jetzt Böses gemacht? Äh, Vince magst... Ich cheat noch gar nicht. Vince, magst du eventuell...